Der Mann des Schattens, auf der Suche nach dem Habe Drachen, ist noch nicht zurückgekommen. Der Herd der Finsternis grollt. Helba, Königin der Finsternis, stellt schließlich ein Heer auf. Alparon, König des Lichts, grüßt sie, und sie treffen sich am Fuße des Regenwobens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen im Tempel von Arche Köln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann des Schattens, auf der Suche nach dem Abendrachen, kehrt niemals mehr zurück. Okay, User Registration is done. Now, Yasuhiko's probably already there waiting for me. I'd better hurry. Okay. Yay. Bye, U closer. Lään簡 Daisy 있. Nick Bernard. Untertitelung des ZDF, 2020 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 You can exchange messages with others in real-time, as long as you are in the world. It's mostly used by newbies to contact other players to form a party. Try it out by inviting me to join your party. First, press the... In the menu, select... Name... Choose a... See? See? My name appears under your screen. That means I'm in your party. By the way, flashmail is only available when you're in a town. Oh, and you can't contact people when they're not logged into the world. People do have a life, you know. We're not online 24-7. In other words, you can't always count on the same members to form a party. So... Well, how you play is up to you. But since EXP and stuff isn't divided among party members, you really don't benefit if you go solo. Okay. Well, why don't we head off? There's nothing to worry about. I found a perfect place for newbies. This is the Chaos Gate. Sort of a transfer device that takes us from one place to another. Now, press the X button. In the world, each play zone is called an area. Determined by a combination of three keywords. Select new key. This is the keyword. You put the... Select... Select... Good. Next for... For the last... Now you're... That's the server symbol. It indicates which server you are currently logged on to. This symbol is Delta, so we're logged on to the Delta server. The list on the bottom right is the area status list. See the jewel next to the field type and dungeon? That indicates how the selected keyword affects the status. For example, check the field type. See the jewel on the right? This means that the field type is being determined by aquafield, the keyword in C. We don't know what kind of field the current keyword will create until we get there. But once we learn the effect of that keyword, we can combine it with other keywords effectively. For more details, check out the board on your own time. Alright, let's get going to the Delta Bursting Passed Over aquafield. Select warp. During the game, the end... Oh... Basic... First, rotate the camera. Push either the L1 button or the R1 button to move the camera. Good. You can zoom the camera in or out by using the right analog stick. Try it. Yeah. Finally, you reset the camera by pushing the R... There you go. Remember, when the battle starts, constantly adjust your camera. Okay. And this is the field. It's the lowest level in the area. When you... The combination of field type and weather determines the area elements. For example, if it's a grassland and it's raining, that area will be a water element stage. The elements also affect the type of monsters that will appear and the items you can get. Don't worry about it now. As you get used to it, combine words to get different elements. Now, let's get going on our quest. First, check the map at top right. You see the red down arrow? In the... Base... But then... Huh? Are you... Yep? Huh? You started to get the hang of it, right? Okay. Let's try using skill. Press the triangle button to open the menu. And... Okay then. When the target cursor appears... That's it. Pretty easy, huh? You... Remember... Before... What? It's you... Oh... Okay then. Next. Well... It's good to be the boss, isn't it? Y... When... 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 The only way to get out of a trap like this is by activating all the magic portals in the room All right, let's charge to that magic portal ibi to the CISB, 2017 Sieg! Das ist der Raum, wo die Statue ist. Es gibt nur eine von ihnen, auf der Dungeon's tiefste Level. Und du kannst es von den Rädern getrennt werden. Das ist genug adventure für heute. Wir holen den Trezern und zurück in die Stadt, sollen wir? Wenn wir eine Sprite Ocarina haben, könnten wir hier auswählen. Aber wir haben nicht eine. So wir müssen zurückgehen wie wir gerade... Du willst? Ah! Huh! Huh?! Oh, was the rumor true? Take this. Huh? Please take this. There's no time. Please. What's this? A great force. The power it holds can bring forth either salvation or destruction at the whim of the user. You're... It's coming. You're... 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 What the hell? What is this? Have something else? Nothing works! Nein, ich... Es sollte nicht so sein sein, aber ich bin sorry! Geht aus hier! 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 Was ist mit Yasuhiko? Why was he upset? I wanted to ask him, but he wouldn't even pick up the phone. And then? The next day, I found out that Yasuhiko had been hospitalized. I rushed to the hospital, but they wouldn't even let me see him. But I guess it's better this way. I didn't want to see him all week, and he wouldn't want that either. But what the hell happened to him? I have a feeling that the key to it is somewhere in the world. I should post on the board about Yasuhiko. Maybe someone will respond to it. What? For the rest of the world, I see him as a witness. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die 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 Das war's für heute. Ja! Das war wie die... wie die Zeit, wenn Orka... Ha! Das Skill... ... 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 Das Problem... ... ... ... ... ... Guillermo Ski back! ... Ich weiß gar nicht, was... Geh nicht zu mir! Recently, viele Menschen in der Welt wurden verletziert durch ein Virus. Die Menschen, die willfully verletzten das Virus, und verletzten diese Welt für ihre eigene Geheimnis... ... sie... ... sie werden keine Geheimnis bekommen. Nein, das ist nicht ich, ich... Ich habe nicht erwartet, dass ich denjenigen verletzten, so schnell... ... sie werden zu ihnen zurückgezogen! Dreh! Dreh deine Schäden, jetzt! Ich will nicht! Es gibt keine Grund, warum es so tun! Es ist für mich. Nein! Ich will nicht gegen die Worte! Ich wollte nur... Ich... Ich... Was ist das, was du mit dir? Das ist gar nicht so, wie zu sprechen mit jemandem, der einfach seine Leben hat! Ich glaube noch nicht. Ich habe nur die Zeit, um das zu verstehen. Aber wenn ich herausfinde, dass du mit ihnen bist, dann... ich... will kill you. Das war eher Kindlich für Balmunk of the Azure Sky, der descendente von Fianna. Ich spreche nicht mit Hackern. Ich weiß, wie ich weiß. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, dass man das Wasser nicht arbeitet. Das ist ein James Master. Jajun und wir Preciese mit dem Verlust. Ich weiß nicht, dass wir das Leben sind. Das ist der Kerl. Der Künstler. Der ist ein Freund von deinem Partner. Das Mädchen! Orca? Ich dachte, er würde sich wie Orca enden, und... und ich panik. Das ist dann, wenn ich sie hörte. Es war die Sprache der Frau, der den Buch an Orca gegeben hat. Ich verstehe, aber was werden Sie tun, wenn die Datenbüge wiedersehen wird? Diese Kraft hat deine Freundin... Ich weiß nicht, was diese Kraft ist, oder was Sie wollen Orca machen. Und was soll ich mit dieser Kraft machen? All ich will, ist helfen Orca. Ich weiß nicht, was Sie wollen, oder was Sie wollen? Good night.